Ein Barcamp ist ein offenes Fortbildungsformat, bei dem jeder Teilnehmer selbst Experte ist. Beim IQSH Barcamp dreht sich alles um das Lernen mit digitalen Medien. Die Teilnehmer bestimmen die Themen der sogenannten Sessions selbst und gestalten diese auch inhaltlich. So kann jeder Besucher des Barcamps sowohl Anbieter einer Session zum selbst gewählten Thema, als auch Teilnehmer der Sessions der anderen sein. Die Inhalte einer Session reichen von kurzen Präsentationen, zum Beispiel So nutze ich das in meinem Unterricht, über Diskussionen, wie wollen wir den Umgang damit gestalten, bis hin zu konkreten Problemen oder Fragestellungen. Wie setzt ihr das an euren Schulen um? Zu Beginn des Barcamps werden aus dem Plenum verschiedene Themen für mögliche Sessions gesammelt und das Interesse der anderen Besucher an ihnen abgefragt. Dadurch entsteht live vor Ort der gesamte Sessionplan. Ich als Teilnehmer erstelle daraus meinen persönlichen Tagesplan mit genau den Themen, die mich interessieren. In mehreren Sessionrunden setzen sich so, je nach Thema, die Gruppen immer wieder neu zusammen. Die Sessions müssen dafür aber nicht perfekt vorbereitet sein. Vielmehr leben sie von der Spontanität und dem persönlichen und direkten Austausch. Dennoch ist es für ein Barcamp hilfreich, bereits eine eigene Idee für eine Session mitzubringen. Der besondere Vorteil eines Barcamps liegt darin, dass alle Teilnehmer über die Themen reden können, die sie gerade beschäftigen. Von einem Barcamp nimmt man deshalb nicht nur Ideen und Anregungen, sondern auch neue Partner und Kontakte mit. Und das halten die Besucher davon. Ich bin total überrascht, bin total begeistert. Die längste Kaffeepause der Welt hat mich völlig überzeugt. Vielen Dank. Also, dass wirklich sehr offen darüber gesprochen werden konnte und eben auch, dass die Sessions so extrem abwechslungsreich waren. Ich wusste vorher nicht, worauf ich mich einlasse. Es ist mein erster Barcamp jetzt und es ist schön. Also ich habe auch selbst was angeboten ganz am Anfang und es war mal spannend, das jetzt von allen Seiten mal zu erleben. Ich war schon auf vielen verschiedenen Barcamps und ich muss sagen, das war mit Abstand das Interessanteste für mich. Vielen Dank. Falls du also Lust auf tolle neue Ideen und Kontakte hast und dich auf Augenhöhe intensiv über das Thema digitale Medien in Schulen austauschen möchtest, sehen wir uns beim Barcamp des iQSH.